Hallo, ich bin die Marzina von Tricky Horse und das ist Wakanda, unser erster Kandidat aus dem Projekt Lebenspferd. Einige von euch haben sicher schon die ersten Fotos, Videos und Beiträge aus diesem Projekt gesehen. Das Projekt Lebenspferd ist eine Kooperation von Tricky Horse Training gemeinsam mit dem aktiven Tierschutzsteiermarkt, in dem wir versuchen, Tierschutzpferden eine gut solide Grundversbildung zu bieten und dadurch auch einen guten Endplatz vermitteln zu können. Was heißt jetzt Tierschutzpferd? Wenn wir an Tierschutzpferde denken, denken wir in erster Linie an kranke, alte, schwache Pferde, die einfach ihr Gnadenbrot hier nur bekommen und das ist bis zu einem gewissen Grad auch der Fall, denn der aktive Tierschutzsteiermarkt beherbergt über 60 Pferde, die zu einem großen Teil tatsächlich nicht mehr reitbar sind und dringend auf einen Paten oder auf einen geeigneten Endplatz als Beisteller warten. Aber der aktive Tierschutzsteiermarkt hat auch sehr viele junge, gesunde Pferde, die einfach nur eine gute, solide Grundversbildung brauchen, um an einen Endplatz vermittelt werden zu können. In dem Fall von der Wakanda zum Beispiel haben wir hier ein Pferd, die eigentlich eine total gute Grundversbildung hat, denn Wakanda ist eigentlich LM fertig. Sie hat einfach nur durch persönliche Umstände zum aktiven Tierschutzsteiermarkt gefunden und ist dann auch vier Jahre jetzt auf einer Troppe gestanden, in der sie sich immer mehr und mehr von Menschen entfremdet hat. Und genau hier kommen wir von Triggers Training ins Spiel. Wir helfen Pferden eine gute, solide Grundversbildung aufzubauen oder wie im Fall von der Wakanda wieder aufzufrischen, wieder ihr beizubringen, dass es Spaß mit den Menschen macht, dass sie Freude am Arbeiten mit den Menschen haben, dass sie viel, viel, viel Vertrauen entwickeln und wieder gerne mit ihren, mit ihren Menschen zusammen sind und schlussendlich dann an einen guten Platz vermittelt werden. Das heißt, das Projekt Lebenspferd ist ein ganz, ganz, ein neues Projekt, wo ich auf viel Unterstützung von euch hoffe. Also ich hoffe, ihr teilt die Beiträge, ihr liked die Beiträge und vielleicht sagt der eine oder andere, hey, ich möchte Mitglied werden beim aktiven Tierschutzsteiermarkt und dieses Projekt fördern und dieses Projekt unterstützen. Da würden wir uns wirklich sehr darüber freuen. Das heißt, je mehr Leute, die sich projekteilen, liken und an andere Leute weiterschicken, umso schneller werden wir für genau diese Pferde einen super tollen Endplatz finden, mit dem wir die Pferde dann auch gut weitervermitteln können. Ich freue mich schon, wenn ich euch jetzt die ersten Videos zeigen kann, denn wir werden jetzt wirklich so viele Videos wie möglich von der Wakanda im Training machen, damit ihr einfach die Entwicklung miterleben könnt. Das heißt, ihr werdet, wenn ihr unsere Trigger-Seite liked und teilt und abonniert und auch die Aktivitätsschutzseite abonniert, werdet ihr immer up to date sein und sehen, wie entwickeln sich diese Pferde, wie bauen sie immer Stück für Stück mehr Vertrauen auf und ihr könnt dann die gesamte Story mit diesen Pferden mitverfolgen. Also ich freue mich voll, wenn ihr dabei seid und ich freue mich vor, wenn ihr unser Projekt unterstützt. Dankeschön! . Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.